hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von let's play ich habe einen mauszeuger irgendwie da drin gehabt das war nicht richtig wir sollen den reaktor reparieren wir sollen die landleitung anschließen und wir gucken was wir als erstes machen wir reparieren die landleitung denn dazu müssen wir auf dem dach habe ich mir noch gemerkt auf dem dach aufs dach dass ich jetzt zum dach warnmeldung landleitungsverbindungen sind deaktiviert die passagierzüge sind außer betrieb ich weiß so da jetzt bestimmt raus ich habe es mal ausgestellt dass die jetzt diese fähigkeiten haben sondern nicht mal gucken wie das so funktioniert die 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 da haben wir das kann man ein wie kann ich ihnen helfen d landleitung was sind die landleitung und warum nach einleitung das ist alles wirklich commander ich melde sie also da haben wir repariert der reaktor wofür müssen wir dahin dafür müssen wir zurück ok das waren meldung hauptreaktor wurde gemäß notfalleindämmungsprozeduren abgeschaltet manueller neustart erforderlich so und hier kommen wir da kommen wir zum reaktor das sehr relativ leicht also möglichst eigentlich die nächste links abbiegen quasi das dürfte mann ich hab's gar nicht gemerkt doch da die hatte ich hatte gerade die hätte nämlich nicht maschinengewehr in der hand das wäre nämlich falsch gewesen wahnmeldung hauptreaktor gemäß notfalleindämmungsprozeduren abgeschaltet manueller neustart erforderlich sie befinden sich jetzt im hauptreaktor das heißt wir sind richtig wahnmeldung hauptreaktor wurde gemäß notfalleindämmungsprozeduren abgeschaltet manueller neustart erforderlich perfekt ok hier ist irgendwas wieder blockiert und ein technik können wir produzieren sehr schön da ist ein müllkanister ok wo ist denn nochmal die barriere das geht gar nicht ist dann machen wir ok da machen wir singularität die he 3 kraftstoff leitung ist durch das schöne geräusch wenn ein generator wieder anläuft ein traum ist der freund der kann so drei meter springen und ich dachte ich wäre uns sportlich vorstelle fahren mit den damen halten so ok perfekt gut dann weiter oh gott das war einfacher als gedacht wo geht es denn jetzt zum zug da sie betreten jetzt den dekontaminations und transport haben warnmeldung freie gefahrenstoffe in der dekontaminationskammer zugang zu den passagierzügen nicht empfohlen na ja so sie sind eingeschlossen ja dann helfe ich gehen alter so hallo Also Wow Ok Wo gehts hier hin? Ist das eine unnötige Sackkasse? Das ist ein Wartebereich, Tatsache Wo geht es denn hier hin? Da habe ich ein Ticket überhaupt gezogen So, Rift Station, da muss ich doch noch hin Abfahrt Central Station Richtung Rift Station Er setzt sich doch hin Shepard Oh, ich kann mich tatsächlich bewegen Er ist ja außergewöhnlich Wir erreichen jetzt die BINHEX Forschungseinrichtung Rift Station Ah ok Kein Schaffner, keine Passagiere, eine merkwürdige Zugfahrt So Sehr schön Wo gehts hier so hin? Aha, aha, aha Was muss ich denn überhaupt gedauert? Börmeier Ne Ok Ach ja, wir müssen wir nächstes Jahr finden Stimmt Nur Notausgang Ok Ok, dann gucken wir wieder was hier ist Hier gehts Ok Sagt der Nebelette Fahrstuhl mir nicht Ok Schade Ok Wen haben wir hier? Hallo Wegtreten Sir Tut mir leid, wir konnten nicht sicher sein was in der Bahn ist Können die eine Bahn bedienen? Können die Viecher die Steuerung einer Bahn bedienen? Woher soll ich das denn wissen? Ich werde hier keinerlei Vermutungen mehr anstellen Hören Sie, Sie sind ein Mensch und das ist Grund genug nicht auf Sie zu schießen Aber ich würde gern wissen wer Sie sind Ich bin ein Inspektor Ich heiße Shepard und ich bin ein Inspektor Ha Einem schwer bewaffneten Gaul schaut man nicht ins Maul Letzte Woche haben die Aliens das Sicherheitslabor überrannt Nur Han-Olar konnte entkommen und seitdem tickte er nicht mehr ganz richtig Wir konnten gar nicht so schnell gucken wie diese Bastarde sich in meine Kommandoposten verbissen hatten Und da waren wir noch gut besetzt Sie haben richtig gehandelt Sie wurden überrascht und hatten Zivilisten zu beschützen Sie haben gute Arbeit geleistet, Captain Ach ja? Warum liegt es mir dann quer im Magen? Der Aufsichtsrat schickte eine Asari um hier aufzuräumen Sie ist gestern ins Sicherheitslabor gegangen und seitdem haben wir nichts mehr von ihr gehört Mal sehen was ich tun kann Ich werde nicht zulassen, dass auch nur einer ihrer Leute stirbt Ich kann sowieso nur die Stellung hier halten und die Zivilisten schützen Bei den Zügen gibt es einen Notaufzug Mit dieser Karte können Sie ihn aktivieren Er wird Sie runter ins Sicherheitslabor bringen Wenn Sie erst die Hilfe brauchen, gehen Sie zu Dr. Cohn unten in der Krankenstation Mhm Erzählen Sie mir von der Riftstation Ich kann nicht über alles reden Was genau wollen Sie denn wissen? Wie sicher ist sie? Erzählen Sie mir von den Verteidigungseinrichtungen hier Sicher genug, dass Sie nicht überall rumschnüffeln sollten Sie haben irgendwie überlebt Mich hat einfach Ihr Vorgehen beeindruckt Eine Woche lang Angriffen stand zu halten ist alles andere als ein Zuckerschlecken Nur die besten werden Hochsicherheitseinrichtungen wie dieser hier zugewiesen Was mich am meisten beeindruckt sind die Geschütztürme, Alarmanlagen und Kameras Sie werden alle zentral in der Nähe des Karatänelabors gesteuert Ein Einzelner kann die gesamte Einrichtung abriegeln Das Sicherheitszentrum ist der letzte logische Rückzugspunkt Wobei wir den ganzen Weg bis dahin von den Geschütztürmen geschützt würden Mhm, und was machen die hier? Was für eine Art von Forschung wird hier bitten? Keine Ahnung, muss ich auch nicht wissen Und solange die Leute nicht sterben, ist das auch nicht mein Problem Ja, irgendwo stimmt das vielleicht Was können Sie mir über die Aliens sagen? Fragen Sie Dr. Olar Er ist der einzige, der aus dem Sicherheitslabor entkommen konnte Und er ist der einzige Wohllos hier Das Sicherheitslabor Ich möchte mehr über die Situation im Sicherheitslabor wissen Die Einrichtung hängt nicht mehr am Netz Der einzige Weg das herauszufinden wäre Aufklärer mit dem Aufzug runterzuschicken Aber ich werde keinen meiner Leute in den Tod schicken Die Viecher kamen aus dem Labor? Kamen die Aliens aus dem Inneren dieser Einrichtung oder griffen sie von außen an? Wollen Sie meine ganz persönliche Meinung hören? Labore wie dieses existieren, um irgendeine Scheiße zu entwickeln, die andere Leute tötet Und wie ist die Einrichtung so? Erzählen Sie mir von der Architektur des Sicherheitslabors Es wurde in einem Gletscher weiter unten im Berg gebaut und ist sehr alt, dick und stabil Wenn etwas schief läuft, heizen Sie es einfach auf und versenken es im Eis Normalerweise gelangt die Crew mit einer Bahn von der Central Station zum Labor Wir haben auch einen Aufzug, der direkt dorthin führt, aber der ist für Notfälle reserviert Ähm, hören Sie mal, ich werde meine Leute nicht dort runterschicken Es ist einfach zu gefährlich, kapiert? Ja, keine Sorge Wie schlagen sich Ihre Leute? Die erste Angriffswelle kam unerwartet Sie konnten eindringen und wir haben einige gute Leute verloren Demzufolge sind wir jetzt teillos unterbesetzt Wir halten die Befehle aufrecht, indem wir lange Schichten fahren und Stims einwerfen Mir gefällt das zwar gar nicht, aber ich sehe auch keine Alternative Und Benicia? Sind Sie sich sicher, dass die Materialchen noch im Sicherheitslabor ist? Sie ist jedenfalls nicht hierher zurückgekehrt Sie kamen durch die Zentralstation, also ist sie dort auch nicht Stimmt, ich habe noch zu tun Ja, ich höre die Oh nein Verdammt, alle mal ausschwärmen Los, los, los! Los, los, los! Los, los, los! Los, los, los! Naja Das war jetzt nicht so kompliziert Ich könnte töten für eine P-204 Einfach nur den abzuziehen und dann satt Und schon hat man den ganzen Gang voll frisch gerösteter Hände Ja, auf jeden Fall So, woher kommen wir hier hin eigentlich? Aha Sie wollen doch wohl nicht den Woher kamen die? Waren die im Labor? Ich war noch nie im Hochsicherheitsbereich Interessant Da ist nur ein Spind Eine Pistole und ein Präzisionsgewehr Das ist eine U Stryker und Edge Verkauf ich beides, ist beides schlecht Okay, ähm Ein Weeper brauche ich nicht Diesen tausend Naginata Boy auch nicht Äh, es ist unfassbar wie viel ich wieder hier ab So Starten wir haben, haben wir dann die leichte Dechiffrierung Von jedem Waffentyp wieder eins Tornado So Mein Armageddon ist natürlich schon nicht schlecht So Kessler Ist kacke Manche Waffen sind so kacke, ne? Verstehe ich immer nicht So Squad Ich hab Squad Punkte Es ist immer gut Äh Hier Medizin Die kriegt heben Tali Tali kriegt Pistole Gut Hallo Ein Händler Pidosi Unsicher Ich heiße Sie willkommen Vorsichtig Ich möchte meine Neugier stillen und fragen, was Sie hier machen Ich will Ihnen helfen Ich hab gehört, dass es hier Ärger gegeben hat Insgeheim Ich fürchte um das Befinden unserer Wachen Viele sind seit Tagen auf den Beinen Freu dich Ich kann behaupten Noch einen begrenzten Teil meiner Ausrüstung zum Verkauf anbieten zu können Zeigen Sie mir, was Sie haben Lassen Sie mal sehen Leider Ein Großteil meines Bestands ist von Captain Ventrales beschlagnahmt worden Okay Ja ne, 342.000 für ein Präzisionsgewehr würde ich sagen Äh Ich weiß nicht warum ich sowas kaufen muss Einzigartige Gegenstände Das ist vielleicht das Interessante Lizenz Äh Was Was Okay Äh 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 Ja machen wir ne So Ich war bis gerade Millionär habe ich gemerkt übrigens Das ist alles Tja Jalis Was Was Sie zu einem der Wissenschaftsteams Ja ich wurde kürzlich versetzt Was studieren Sie Was machen Sie hier Molekulargenetik Ich habe mich auf biotisch erweiterte allele spezifische Hybridisierung spezialisiert Okay Das war mir ein bisschen zu technisch Ich bin sehr gut darin vererbte Variationen in genetischen Sequenzen aufzuspüren Sicherlich wäre Ihnen das viel zu langweilig Nein Sie scheint die Situation weniger zu beunruhigen als die anderen Das gehört zu den Vorzügen meiner Meditation die Sie eben unterbrochen haben Sorry Erzählen Sie mir von sich Ich bin Alestia Jalis von der Universität zu Aureis Möchten Sie was bestimmtes wissen? Oder soll ich einfach irgendwas erzählen? Es tut mir so leicht Hör ich Ich habe gerade meditiert Ich schätze für eine rüpelhafte Spezies wie die ihre sieht das wie Unaufmerksamkeit aus Mhm Kennen Sie Materialchen Benesia? Warum fragen Sie mich das und nicht Ihre Freundin? Weil ich nichts über die Materialchen weiß Und warum sollte ich das? Ja okay Das wäre vorerst alles Dann kann ich endlich weiter meditieren So äh Wie das sinket Was? Nein Äh Tut mir leid Ich habe seit dem Angriff nicht viel geschlafen Brauchen Sie etwas? Das Labor hier ne? Was für eine Arbeit erledigen Sie hier? Darf ich aufgrund einer Vertraulichkeitsvereinbarung nichts sagen Und ich würde meinen Job gern behalten, wenn wir überleben Die Umgebung ist fürchterlich, aber die Bezahlung ist besser als in jedem anderen Labor Also gefällt es Ihnen hier nicht? Gefällt es Ihnen nicht bei Gipfel 15? Es existiert hier keine Außenwelt Nur Wände aus Eis und Fels Es gibt nur die Arbeit, die Entdeckungen Man vergisst zu schnell, dass Wissenschaft und Ethik zusammengehören Vielleicht bezahlen wir jetzt dafür Hm Was wissen Sie über das Sicherheitslabor? Nichts Ich habe woanders gearbeitet Soweit ich weiß, ist Han-Ola der einzige Überlebende Wo kann ich ihn finden? Ist er auf der Krankenstation? Nein, er ist im Quartier des Wissenschaftsteams Seien Sie nicht zu hart mit ihm Er hat ne Menge durchgemacht Okay, erzähl ihm über dich Was genau machen Sie denn hier? Ich bin Toxikologe Ich kann nicht über meine Arbeit reden Nicht, dass ich seit dem Unfall was getan hätte Unfall? Es hat hier einen Unfall gegeben? Ich kann nicht darüber reden, was passiert ist Nicht hier, zu öffentlich Gehen Sie zur Krankenstation und reden Sie mit Dr. Cohn Er war der Projektleiter Mhm Wie schlagen Sie sich? Es wäre wohl kleinlich, sich zu beschweren Wenn man gerade mit dem Gehirn eines Mitarbeiters bespritzt wurde Seit dem Angriff hat keiner hier genug Schlaf bekommen Natürlich haben nicht alle von uns Waffen Okay Ich suche eine Azari Azari? Tja, da gibt es Dr. Ialis Und da gibt es noch unseren Gast, Lady Benesia Captain Ventrales müsste wissen, wo sie ist Wir reden später weiter Denken Sie daran, alle verdächtigen Geräusche zu melden? Ja, ja Indem Sie sich schlafen Geschwärter Bereich Achtung! Sicherheitsprotokoll ist aktiv Bitte kontaktieren Sie vor einer Wartung den Sicherheitsdienst Aha Okay, das war einfach Woah Los, los, los Los, los Was ist denn jetzt passiert? Los, los, los Los, los, los Ähm War das nicht gut? Sag mal, ich glaube ich habe einen Fehler gemacht damit Kann das sein? Ich weiß nicht, wie viele Schilddinge einfach Tali hat, ne? Ich lade den Spielstand nochmal Ich kann den Spielstand nicht laden Ah, okay Dann ihn nicht Ist ja nur die Sicherheit, ich tue zu sich Niemand sonst Jo Nervös Nervös Ich werde meinen Kopf unten machen Ja Lassen Sie mich in Ruhe Sorry Oh Gott, ich habe es verkackt hier Ja Weißt du, ich wollte nur Ne Aber dann Äh Gutes Willen Das erfährt keiner So, was haben wir denn hier im Labor? Wo geht's denn hier hin? Das man euch vorgewahrt wird, ne? Und wenn man das macht, so, ne? Also eigentlich werden So Äh, reduzieren wir Ja, ja So Wo geht's denn hier hin? Sie wissen nicht, wie es ist eine Mutter zu sein Leben zu erzeugen, bedeutet Macht Ein Leben zu formen, ihm Zufriedenheit oder Verzweiflung zu verleihen Ihre Kinder sollten die Unseren sein Aufgezogen, um Sarens Feinde aufzuspüren und zu töten Erwarten sie kein Mitgefühl Ganz gleich, wen sie in diese Konfrontation noch mit einbringen Aber darum ist Liara nicht hier Liara ist hier, weil sie es will Nicht weil ich sie gebeten habe Wirklich? Was hast du ihm über mich erzählt, Liara? Was hätte ich sagen sollen, Mutter? Dass du den Verstand verloren hast? Dass du böse bist? Sollte ich erklären, wie man dich tötet? Was hätte ich sagen sollen? Haben sie schon mal eine Asari-Kommandoeinheit gesehen? Wenige Menschen können das behaupten Und was ist mit Liara? Ich kann nicht glauben, dass sie ihre eigene Tochter töten würde Ich erkenne jetzt, dass ich hätte strenger mit ihr sein müssen Boah Na wunderbar Was? Aus welchem netter Kampf Oh Gott Ist das Geht? Kann ich Geht beschwören? Na wunderbar Oh Gott, was? Was? Oh kacke Was haben wir zu tun? Das bringt ja nichts Sie ist anzuschießen anscheinend Ich glaube, wir müssen nur ihre Untertanen töten Das wünsche ich einem genügend bringen Okay, wen macht's jetzt? Noch mehr geht's Das geht doch nicht klar Oh Gott Und Hallo Es ist noch nicht vorbei Saren kann nicht aufgehalten werden Mein Verstand ist voll von seinem Licht Alles ist so klar Rachni sind der anderen Meinung Die Rachni haben nicht mit ihnen kooperiert Warum sollte ich es dann? Ich werde ihnen nicht verraten Sie werden Sie Sie Hören sie zu Saren ist noch in meinem Kopf Und flüstert mir Dinge zu Ich kann seine Beeinflussung bekämpfen kurzzeitig Aber die Indoktrination ist so stark Und warum sollte ich ihnen glauben? Warum sind sie jetzt in der Lage sich seiner Kontrolle zu entziehen? Ich habe einen Teil meines Verstandes vor der Indoktrination versiegelt Ich habe ihn aufgespart für den Moment, wenn ich bei seiner Vernichtung helfen kann Aber er wird nicht lange vorhalten Sie können wieder angreifen? Sie könnten mich also wieder angreifen? Ja Aber das wäre dann nicht aus freien Stücken, Shepard Die Leute sind nicht sie selbst, wenn sie in Sarens Nähe sind Man beginnt ihn zu verherrlichen ihn zu verehren Man würde alles für ihn tun Die Sovereign, sein Flaggschiff, ist der Schlüssel Sie ist ein Schlachtschiff von unglaublicher Größe und ihre Macht ist außergewöhnlich Woher hat er sie? Die Sovereign ist anders als andere Schiffe Woher kommt sie? Kann ich nicht sagen Die Gate haben sie nicht erbaut Ihre Technologie ist fortgeschrittener als die jeder anderen Spezies Je länger man an Bord bleibt, desto richtiger erscheint einem Sarens Verhalten Man sitzt zu seinen Füßen und lächelt Während man von seinen Worten durchdrungen wird Zuerst ist es ganz subtil Ich dachte, ich wäre stark genug, um zu widerstehen Stattdessen wurde ich zu einem willigen Instrument Erpicht zu dienen Er schickte mich hierher, um herauszufinden wo das Mu-Massenportal ist Sein Standort galt tausende von Jahren als verschollen Und wie verliert man ein Portal? Wie kann etwas so Großes verloren gehen? Vor 4000 Jahren wurde ein nahes Stern zur Supernova Die Druckwelle schleuderte das Portal aus seinem System Beschädigte es aber nicht Es ist unmöglich, seine genauen Vektoren und seine Geschwindigkeit zu ermitteln Während die Jahrtausende ins Land gingen Verhüllte es der Nebel, den die Nova erzeugt hatte Es ist schwierig, ein kaltes Objekt im interstellaren Raum zu finden Besonders eines, das von heißem Staub und Radioaktivität umhüllt ist Und deshalb sind sie hier? Es wurde auf Noveria gefunden Vor 2000 Jahren besiedelten die Rachni diese Gegend unserer Galaxis Sie entdeckten das Portal Die Rachni können Erinnerungen über ganze Generationen teilen Und Königinnen können das Wissen ihrer Mütter erben Ich konnte den Standort des Portals in den Gedanken der Königin lesen Dabei war ich nicht gerade zimperlich Die Rachni fanden das Portal Wie haben die Rachni es gefunden? Sie haben geduldig gesucht Es sind territoriale Kreaturen, die fast jeden Flecken ihres Systems kennen Und Sarens Plan? Wofür braucht Saren das Mo-Portal? Er glaubt, es würde ihn zur Röhre führen Ich würde ihnen gern mehr sagen Aber Saren hat mir nicht mehr erzählt Ich war im Prinzip nur eine Sklavin seiner Sache Sie bedauern also diese Taten Sie können noch immer das Richtige tun Teilen Sie diese Information mit mir Ich war nicht ich selbst, aber ich... Ich hätte stärker sein müssen Ich habe die Daten auf eine OSD geschrieben Nehmen Sie sie Bitte Es reicht nicht nur die Koordinaten des Portals zu kennen Weißt du wohin er von dort aus wollte? Saren wollte mir sein Ziel nicht mitteilen Aber sie müssen es schnell herausfinden Ich habe ihm die Koordinaten übermittelt, bevor sie eintrafen Sie müssen mich aufhalten Ich kann nicht Seine Zähne sind ganz nah an meinem Ohr Seine Finger streichen über meinen Rücken Sie sollten... Sie sollten... Mutter Ich... Geh nicht Kämpfe gegen ihn an Ich war immer so stolz auf dich, Nia Stirb Oh Gott Das war jetzt einfach So... Wunderbar Komm raus! Ja, da haben wir dich Ich... Ich bin am Ende Sie müssen ihn aufhalten, Shepard Bleiben Sie bei uns! Warten Sie! Wir haben Medigil, vielleicht können wir damit... Nein... Er ist noch immer in meinem Kopf Ich bin nicht vollständig ich selbst Das werde ich nie wieder sein Mutter! Gute Nacht, Kleines Ich werde dich... In der Dämmerung wiedersehen Kein Licht? Es hieß doch immer... Man würde ein helles... Ach... Ach... Na dann... Du wirst... ... ... Nummer... Wir wollen, ich lege... Ich bin... Wir wollen heute... Ja, wir kommen... Oh Gott... Kein... Wieder mal... Die hier dient als unsere Stimme. Wir können nicht singen, nicht in dieser Enge. Eure Musik ist farblos. Ich verstehe sie nicht. Musik? Was? Eure Art miteinander zu kommunizieren ist seltsam. Flach. Sie verleiht der Luft keine Farbe. Wenn wir sprechen, ist alles in Bewegung. Wir sind die Mutter. Wir singen für jene, die zurückblieben. Die Kinder, die ihr für verstummt hieltet. Wir sind Rachni. Die Rachni sind ausgestorben. Die Kroganer haben die Rachni vor tausend Jahren ausgelöscht. Der Himmel schweigt jetzt. Die Lieder unserer Mütter sind verloren. Aber jene, die uns ermordeten, werden bald schon unser Schicksal teilen. Die Kinder, die wir gebaren, wurden uns genommen, bevor sie das Singen erlernten. Wir haben sie an die Stille verloren. Beendet ihr Leiden. Sie können nicht gerettet werden. In ihrem jetzigen Zustand werden sie nur Schaden zufü- Das stimmt mit ihnen nicht. Ich verstehe das nicht ganz. Warum töten ihre Kinder Leute? Diese Nadelmänner. Sie stahlen uns unsere Eier. Sie wollten unsere Kinder in Kriegsbestien verwandeln. Klauen mit keinen eigenen Liedern. Unsere Ältesten fürchten die Stille nicht. Aber Kinder kennen nur Angst, wenn niemand zu ihnen singt. Angst hat ihren Verstand zerschmettert. Das stimmt mit ihnen nicht. Ich verstehe das nicht ganz. Warum töten ihre Kinder Leute? Diese Nadelmänner. Wenn sie sich sicher sind. Wenn sie sich sicher sind, dass sie nicht gerettet werden. Es ist beklagenswert. Aber notwendig. Tue, was du tun musst. Bevor du zu unseren Kindern kommst, musst du an uns vorbe... Was wirst du singen? Lassen sie mich frei? Werden wir ein weiteres Mal verklingen? Sehen sie die Tanks da? Säure! Stark genug alles zu töten. Unabhängig von der Biologie. Sie hätten die Tanks nicht angebracht, wenn sie keine Angst gehabt hätten, dass sie sich losreißen könnte. Sie haben einen Fehler gemacht. Sie haben die Kroganer zu weit gehen lassen. Wir haben jetzt die Chance gleichzuziehen. Sie hat uns nichts getan. Ihre Gefährten hören die Wahrheit. Du hast die Macht, uns zu befreien. Oder unser Volk wieder der... Stille der Erinnerungen zu übergeben. Ihre Pläne? Wenn ich sie leben lasse, werden sie dann wieder andere Rassen eingreifen? Nein. Wir... Ich weiß nicht, was im Krieg passiert ist. Wir haben nur Mistklänge gehört. Lieder mit der Farbe öliger Schatten. Wir würden einen geheimen Ort suchen, an dem wir unseren Kindern Harmonie lehren könnten. Wenn sie verstehen, kommen wir vielleicht zurück. Und ihr überleben? Sind sie Überlebende des Kriegs? Sind sie Überlebende des Kriegs? Ein Klon? Das wissen wir nicht. Wir waren nur ein Ei und hörten Mutter in unseren Träumen weinen. Ein Klang aus dem All brachte eine Stimme nach der anderen zum Schweigen. Er zwang die Sänger mit seiner eigenen, bitteren Melodie mitzuschwingen. Dann erwarten wir hier. Das letzte Echo jener, die von dem singenden Planeten stammen. Der Himmel schweigt. Ich werde sie nicht töten. Ich werde nicht ihre gesamte Rasse vernichten. Sie werden überleben und frei sein. Du wirst uns die Chance geben, uns neu zusammenzusetzen? Wir werden uns an dich erinnern und unseren Kindern von deiner Güte vorsingen. Und nun? Je schneller wir von diesem Kühlschrank verschwinden, desto besser... Ich trage einen Umweltanzug und mir ist immer noch kalt. Ja, was müssen wir denn tun? Problem in den Hochsicherheitslaboren lösen. Das machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin und tschüss.